wenn er nicht rausgeht. Der hat er kaputt geschossen. Bist du schon drin? Okay. Matze, ich mach da neben dir auf. Warte, Vorsicht. Hinten mach ich ein Guckfenster erst mal. C4. C4 kommt. Doch nein, jetzt grad mit der Drohne hingefahren. Ey, der kotze ich, alter. Ich hab... ...Smoke, glaub ich. Äh, hinter dem Pfosten, äh, jetzt ist er im Gang der Lesion. Geht jetzt auf den Sport. Wo ist jetzt hinter der Spaste? Waa! Könnt zu dir gegangen sein, Michels. Bei der Lesion, oder? Äh, der Lesion sitzt da, wo wir planten. Da jetzt ganz links ums Eck rum starten. Naja. Ne, der ist hinten bei den... ...bei dem Pfosten war er jetzt. Ach, fuck you, ey. Über den Kopf hinüber geschossen. Meine Güte, ey. Der Kapkan. Abkoppu-boy! Was ist da an Lesion hier? Okay, gut. Äh, noch einer Treppe, Treppe, Treppe hoch. Der kommt, der kommt mit... Smoke. Das ist doch Wahnsinn. Also irgendwie leckt das bei mir, oder? Ruhe, komm! Hey! Der kommt rum, der kommt jetzt! Links rum, links rum, links rum! Ja! Gut. Boah, aber auch genaues Timing.